hallo und herzlich willkommen liebe freunde ich bin marcel von der games und wir spielen weiter bald los geht rein so in der letzten episode haben wir uns mit rafaeli getroffen haben sein deal was die krone angeht abgeschlagen und jetzt wollen wir noch mal mit fos sprechen ich glaube jetzt müssen wir nach unten ich glaube fos war hier unten ja da ist sie gut ich bin eingegangen rafaeli hat keinen angeboten ich gehe kein pack mit einem teufel ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin There is but one Prism, and you are its key Find a way to retrieve the Hammer and free Orpheus from the Prism I will assemble his remaining Honor Guard and plan our next actions Together we will yet free the true heir of Gith's blessed Empire He will free us from Vlachith and lead our Kithraki against the Geich Iztik, I will wait in the underground Seek me, when you have the hammer in hand So, oh, he has had the Lauer gespürt and said he had it here A devil of Raphael's stature does not simply make camp on the shores of the sticks He will have made a sanctuary for himself, a lavish one too, one that caters to his many vices The house of hope, we must find a way in The house of hope, you say? I couldn't ask for a name more fitting Every house has an entrance, Iztik Even those in the hells, you must find it The Prince of the Comet aches for Githyanki liberation more than he abhors Geich He might seethe when you free him He might gnash his teeth and slander your name But he will see reason I promise you You are wasting your time And mine Our true enemy is the Elder Brain Focus your mind there Okay, so, da müssen wir Haus der Hafen finden Wo auch immer das sein wird Sooo Ja, nur Fisch, he? Ja, komm Ja, ja So, haben wir hier wirklich schon alles durchgeschaut Guck mal So, ich bin mir nicht sicher Ich glaube da oben waren wir So, was wir natürlich nochmal anschauen könnten ist hier vorne Denn ich glaube ich habe das hier diesen Bereich hier noch gar nicht angeschaut Bevor wir weiter gehen, checken wir das mal ab Hm, okay Okay Okay, wenn du mehr nicht zugang hast, dann So, das ist auf jeden Fall das Okay, wo war ich denn noch nicht? War noch da oben nicht? Mal schauen Was ist der Wurst das kann passieren, wenn wir get caught sneaking in? A few days in a jail cell At least we'd have a bed Wurst das kann passieren Is one of those still watches Scamping us under the dirt I'll give it a shot Ja, wer schreit denn da? Ja, wer schreit denn da? Das ist ja ne Windmühle So Oh, eine Luke Okay Gedankenschinder, na toll Oh, wasser If there were Before you lies the unconscious body of a mindflayer Glistening and raw A newborn Unattended How fortunate. What? No, I've had so little time. I don't know if it's good, but I hate them. The opponent is surprised. Should I do it too? Should I do it too? Oh, no movement more. Come on, you can't stay idle. My faith will protect me. Okay. I am fury. I am death. The creature was born recently. Its mind is still fresh. You can absorb its potential if you consume it. Okay. I don't think so. I have a head. Can I eat now? Can I get here, I hope. Okay. Okay. Let's go. Okay. Let's go. Here goes nothing. Okay. So far. Okay. Ich würde sagen, gehen wir hier raus. Da ist eine Jennifer Antilles. Okay, hier ist noch was los. Okay, wo ist Ulma? Da ist Ulma. Hallo Ulma. Was? Rechtei Hathran Rust. Mein Freund aus der Hag-Swamp. Du warst ein Licht auf eine dunkle Nacht. Wir verabschieden einen Feind, ähnlich wie ich verabschiede dich und deine Vampirik-Kumpanien. Oh, ja. Ich weiß, dass du ihn von mir hittest. Aber das ist nicht der Moment, um es zu diskutieren. Das ist über die dead, nicht die un-dead. Our tribe left Camp on a rescue mission. Only Ulma and those you see here returned. They could not. I will say no more. It's not my tale to tell. No. That shame is mine alone. I thought I knew the faces of all your friends, Gandrel. But this one is new to me. A friend met on the road, my lady. I told you of the stranger in the swamp. And they went on to kill the undying General Thorn. If the rumours are true. Hmm. A fine trophy. Perhaps you would like to claim another. Baldur's Gate is haunted by many things. But one of its most insidious is the Vampire Cazador. For years, his foul spawn have stolen away innocents at night, whisking them back to his palace. Recently, they struck our camp. They took our children. Every last one. Our whole future. We are monster hunters all. Our purpose is to kill beasts like these. But in our hastes to save our little ones, we were rash. We charged straight into an ambush. They tore us to pieces. Vampire spawn and werewolves. I have never seen a vampire's lair so heavily guarded. What's left of my tribe is wounded and broken. We cannot stand against him to save our children. But perhaps the slayer of Ketheric could. So. The main entrance is blockaded, but there is another way. Near the park, you will find a broken tower, mid repair. Climb the scaffolding and you can enter his palace. It may be watched, but you will not walk into the slaughter that we did. If you do this, our entire tribe will be in your debt. On our honour, it will be repaid. May the gods keep you and damn your enemies. Okay. Dann, äh, ja. Müssen wir wohl... Gehen wir euch ja mal nach oben noch. Schauen wir, was hier ist. I wish I had a bag of holding. Hm. Tja, wo ist das Bild denn jetzt? Versuch. Das ist, das sieht ja wirklich echt cool aus, da müssen wir durch, okay, so ist hier noch irgendetwas, da sind hier Zelte, keine Ahnung wo man da hinkommt. Ja, das ist. Ich habe ihn nicht mehr, wenn. Ich weiß, ich weiß nicht, dass wir den Zahnarzt haben. Sie müssen uns nicht mehr, was wir machen. Wir werden nicht mehr, was wir in der Tattoo kommen. Nein, wir werden nichts mehr, was wir in der Tattoo kommen. Wir werden uns nicht mehr, was wir in der Tattoo kommen, was wir hier in der Tattoo kommen. So, ich weiß nicht, wie gehen wir nochmal da drumherum? Hier ist was. Ein Erdhaufen. Ach, kurz hier einklenden wieder. Oh, Lagerferräte, uuuh. Ich glaube, da kommen wir nicht hin. Oh, da müsste man da irgendwie anders durchgehen. Vielleicht hier. Ja, jetzt bin ich ja in der Scheune. Okay, das heißt, eigentlich haben wir das Gebiet hier durchforstet. So, dann würde ich sagen, wir teleportieren uns jetzt einfach mal hier hin. So, dann gehen wir ja jetzt mal... Und dann gehen wir ja jetzt mal hier hin. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay, ich meine Alchemie und ja. Eigentlich habe ich gedacht, er wird jetzt richtig starke Tränke haben, aber näher wohl nicht, dann tschüss. So, gehen wir nochmal hier gucken. Hier ist irgendeine Doppeltür. Oh. Oh. Ich kann alles hier ausräumen. Der Typ wird richtig sauer, glaube ich. So, wir speichern lieber ab, bevor wir hier rein. Okay, ich weiß nicht, wo ich hier jetzt gerade bin. Oh, shit. Oh, shit. Seems things keep getting broken around here. You're about to get the blame. So, ja, guck mal. Ich meine 10 soll er tatsächlich machbar sein. So, uh, hier. Ja. Deutlich. Oh mein Gott. You may have talked your way out of this one, but there will be no repeat performance. Okay, nochmal Glück gehabt. Dann gehen wir jetzt mal hier wieder raus. Gut, dann können wir jetzt wirklich mal durchgehen. So, ich muss wieder die Tür schließen. Das ist irgendein cooler Bug. Ich kann da nicht reinklicken. Okay. 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 Dann können wir die. Okay. Das war's für heute. Uh, Gefängnis? Okay. Ich würde sagen... Ich meine, der schläft. Wir können mit ihm ja mal reden. 15 zu werfen? Okay, geht. Oh, man, I'll talk. Back here again. The cell stinks like an old cabbage. Ich weiß, solange der schläft... Wir können mal versuchen, einfach die Tür hier wegzubomben. An act of vandalism has taken place. You might want to clear up this particular mess. Okay, machen wir mal sowas. Boah, richtig guter Wert, ey. 33. You may have talked your way out of this one, but there will be no repeat performance. Ich meine, das sind nur sechs. Ah, warte mal, der geht vielleicht weg. Okay, der geht nichts weg. Okay, jetzt wird er sauer. Jetzt wird er sauer. Wir versuchen es einfach mal. 15. Ja, locker. Heute habe ich blöd, gegen die letztes Mal. War das echt blöd? Morgen geworfen und nix kann. War das echt blöd, gegen die letztes Mal. Somehow, the guard buys your excuse. You're free to roam Worms Rock Prison. Okay. 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 Wow, hier gibt es richtig Essen. Dachtest du zumindest. Äh, 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 äh. Gift, gift, bla, 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 bla. Kleiner Heidrang? Keep your hands to yourself. You're being watched. Not for communal use, it seems. Oh man, ey. Ich will hier die Sachen ausrauben. Ähm. Okay, hier ist auch nichts. Warte, hier ist ne Wand. Nicht erreichbar. Oh man. Was ist das? Äh, wo bin ich denn jetzt? Ah, ich bin jetzt hier außerhalb der Stadtmauern. Hier ist doch die Brücke, glaube ich, oder? Genau, da ist die Windmühle, wo wir waren. Genau, da ist die Brücke, okay. Hier kann man also einfach mal so durchgehen. Okay, jetzt ist sonst gar nichts. Hier würden wir jetzt nach oben kommen. Dann würde ich sagen, wir teleportieren uns jetzt wieder in das Gefängnis. Wir gehen da nochmal herunter. Und dann runter suchen wir das Gefängnis weiter. So, hier ist der Typ, der ein bisschen sauer war gerade. Mal schauen, ob hier überhaupt jemand ist. Hier ist der Typ. 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 Das ist aber... Hier ist der Typ. Hier ist der Typ. Hier verановst unvergib- Hier ist einer Tagzzepotammlung gerecht. Hier ist das besser. Ja, die müssen wir da rausholen. Äh, das geht ja so. Obwohl, 5, 4, doch, das geht locker. Wenn du ein Miracle hast, kannst du nicht warten, um die Gäste zu antworten. Older's words. Ich habe fast vergessen. Kein mehr Salking. Ich weiß, was zu tun. Unlock meine Zelle. Eskort mich aus Worms Rock. Ich werde meine Verbrennungen suchen. Wenn die Städte schattern, du willst ihre Blades. Das wird ein bisschen schwierig, egal. Oh, das war jetzt gut. Oh, das war jetzt gut. Okay, der wird das gleich sehen. Ja, eigentlich habe ich es gedacht. Oh, das war jetzt gut. Und dann wird das gleich sehen. Jetzt nicht das wieder. Ja, geht lasse. Oh, das war jetzt. Das war das. Ja, die lassen wir mal hier erst mal drin, ne? Ich weiß tatsächlich jetzt nicht, wo die anderen sind. Die lassen wir mal hier. Wo die Selkern dahin. Genau, die kommen jetzt raus. Ich weiß halt nicht, was die machen kann. Die sollen irgendwann sterben. Das ist halt super wichtig. Boah. Boah. Okay, der ist mir gefährlich. Dieser Hund hier. Okay. Knaufschlag ich auch noch. Ich weiß nicht, ob sie von hier aus... Alter, wie geil. Ich weiß nicht. So. Ich gehe jetzt mal um diesen Zwerg hier. Zack. Zack, zack. Okay. 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 So. So. Okay. So. 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 Fehlschlag? 16er Kettenpanzer Warte, 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 warte Nehmen wir den mit Ich kann ja kein Schild tragen Das ist eh egal Ich glaube jetzt können wir hier eh alles durchsuchen Äh, um euch zu flutzen Äh, um euch zu flutzen Ich habe Essen, Wasser, Privatsch Und ich meine, dass ich es so weit weggebe Okay, äh Möchte nicht weg Möchte nicht weg Dann bleibt dein Würmfelsgefäß Dann bleibst du halt hier drinnen Schlafsack Hier war glaube ich auch nichts Okay, jetzt können wir jetzt Ups Können wir jetzt mal mit der Äh, die ist schon weg Okay, die ist offensichtlich schon mal abgehauen Die Beraterin ist weg Möchte nicht weg Du hast nicht weggehalten Möchte nicht weggehalten Warte, die schweig sind weggehalten Jöuh, kein Problem Ach, jetzt werden wir von diesem Pipo hier nochmal angegriffen. Ehrlich, als er gepennt hat, war er mir lieber. Ach, das ist die hier, ok. Hm, 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 hm. Mit Haste. Hier geht's. Okay, äh, wir sollen Sicherheit bringen. Was bedeutet Sicherheit? Wo soll ich denn mit ihr hin? Hier raus, oder was? Gut, Freunde. Ich würde sagen, in der nächsten Episode geht's dann weiter. Ja, so das Gefängnis habe ich mich schon untersucht. Wir können ja hier kurz mal nochmal reinschauen, ob hier noch irgendetwas special ist. Ich meine, wenn wir sie mitkämpfen, ist so gut. Wir können ja auch heilen und so. Also daher, eine Kraft mehr ist doch gar nicht so bad. Hier oben ist nichts. Nö. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, in der nächsten Episode geht's dann weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. So, ich geh nochmal kurz raus. So. Ich nenne jetzt gerade ein Abo, ein Like und dann bis zum nächsten Mal. In dem Sinne, ciao.